Vor drei Monaten habe ich in der letzten Ausgabe von Warframe Hintergründe darüber gesprochen, ob die Warframes empfindungsfähig gewesen sein könnten. Nun halte ich es für an der Zeit, darüber zu reden, was dies für die nächste Quest The War Within bedeuten wird. Beachtet bitte, dass ich hier viel spekuliere, also nicht als ultimative Wahrheit ansehen. Im letzten Video bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Warframes aus infiziertem Fleisch bestehen, das zu eigenständigem Handeln fähig ist, wenn sein freier Wille nicht von einem Tenno überschrieben wird. Daher glaube ich, dass das Kernthema von War Within das Verhältnis von Tenno und Warframe sein wird. Außerdem glaube ich, dass der Stalker wieder eine Rolle spielen wird. Stalkers Verhalten zum Ende des zweiten Traums war alles andere als eindeutig. Als er endlich sein Ziel erreicht und die Chance hat, die Tenno zu vernichten, zögert er. Er lässt uns entkommen, nur um uns dann in der Lissette erneut töten zu wollen. Letztendlich scheitert er nur durch die plötzliche Eigeninitiative unseres Warframes. Stalkers Zögern könnte mit zwei Gründen zusammenhängen. Zum einen macht ihm die Vorstellung, ein ganzes Volk auszulöschen, Angst. Zum anderen könnte der Stalker zumindest ein begrenztes Verständnis von Ehre haben und ist daher nicht bereit, jemanden zu töten, der keine Chance hatte, sich zu verteidigen. Dies würde auch erklären, wieso er uns entkommen lässt, obwohl er uns nicht bekannt dafür ist, Gnade zu zeigen. Hanhau kommentiert das Ganze mit den Worten Als Stalker uns in der Lissette konfrontiert, gibt es einen Unterschied in seinem Aussehen. Die Parkal-Rüstung, die er trägt, hat ihre Energiefarbe von einem hellen Blau zu einem Rotton geändert. Ein ähnlicher Rotton wie Hanhau's Aura in War. Für mich ist das ein klarer Beweis, dass Hanhau das Stück seines Verstands, das in War steckt, nutzt, um Stalker zu kontrollieren oder zumindest seinen Hass auf uns zu verstärken. Während Stalker unseren Tenor begutachtet, sagt Hanhau, dass Stalker sich fragt, ob er auch eines dieser erbärmlichen Dinger war. Er sagt auch, dass Stalker die Antwort kennt und uns trotzdem hasst. Und sich selbst. Als unsere Warframe War zerstört, beeinflusst dies auch Stalker. Genauer gesagt, kann man erkennen, wie er sich krampfhaft an den Kopf fasst. Er hat Schmerzen, weil Hanhau so abrupt und gewaltsam von seinem Verstand getrennt wird. Beachtet, dass Hanhau die Vergangenheitsform benutzt. Dies könnte so interpretiert werden, dass Stalker ein abtrünniger Tenno ist. Oder dass er vielleicht gar kein Tenno mehr ist. Als wir erfahren, dass sich das Reservoir auf dem Mond befindet, erklärt die Lotus, dass der Stalker weiß, was das Reservoir ist und dass dieses Wissen ihn in den Wahnsinn getrieben hat. Jetzt stellt sich die Frage, wo Stalkers Operator ist, wenn er sich nicht in einer der Kapseln auf dem Mond befand. Es sei denn, es gibt keinen Operator und Stalker ist ein eigenständig handelnder Warframe, der nicht mehr von einem Tenno gesteuert wird. Gestützt wird diese Theorie auch von Zitaten der Acolytes aus dem Shadow Depth Event. Mania sagt, ich sehe, dass ihr immer noch ihre Diener seid. Dies könnte sowohl darauf bezogen sein, dass wir im Event alert V beschützen und er zumindest laut Hanhau ein Orokin ist. Es ergibt aber auch Sinn, dass eigentlich die Warframes angesprochen werden. Dies würde auch erklären, wieso Stalker zu einer Allianz mit den Sentients bereit war. Diese sind immerhin nicht unschuldig, wenn es um den Fall der Orokin geht. Falls Stalker aber eigentlich versucht, die anderen Warframes zu befreien oder von ihrem Leid zu erlösen, ergibt es natürlich Sinn, sich mit dem Feind seines Feindes zu verbünden. Eins ist sicher, wir haben nicht das letzte vom Stalker gesehen und ich glaube, dass er für die Haupthandlung des Spiels noch lange eine zentrale Rolle spielen wird.